Die Angus hat mir jetzt die Challenge gegeben, dass ich, also wir gehen jetzt, passt auf. Also, wir haben jetzt Trailer im Generator von 1 bis 10 und der sagt uns jetzt, bis zu welchem Modul ich maximal springen darf. Guck mal, bis zu Modul 6 ist noch nicht mal ein Hardmodul, das ist traurig. Dann erstmal nicht mehr. Was mache ich, wenn ich bei Modul 6 bin? Die vertreiben wir uns die Zeit. Ich meine, bei Modul 6 bin ich ja relativ schnell. So was war. Wovon ich einfach mal ausgehe. Das ist jetzt das letzte Modul. Also, ich werde halt auf dem Checkpoint von Modul 7 einfach stehen bleiben. Oder? Ist ja egal, wir holen hier die Kiste und dann. So Jungs, wir haben jetzt noch 6 Minuten. Jungs, wir sind wieder in der Runde. Einer ist das Ziel. Das könnte dann jetzt unangenehm werden. Das war ich der, der es geschafft hat. Ich glaube, ich schaff's noch nicht in der ersten Runde. Wobei er ja nicht so nice und stuff hat. Ich glaube, ich sollte gucken, dass ich andere Leute erst töte. Wie ihn hier. Schau mal, einen haben wir. Jetzt müssen wir nur noch die Runde gewinnen. Oh, wir haben immerhin Schuhe. Wobei Lederschuhe sind, glaube ich, gleich schlecht wie Goldschuhe, oder? Angenehm. Ja, Angelus, das könnte jetzt die Challenge sein, die ich instant schaffe. Okay, wenn ich so dann doch meine Quip angucke, dann bin ich da vielleicht dann doch nicht so davon überzeugt. Aber ey, wir haben noch 2 Leben. Wenn ich jetzt ihn hier töte, hat er, glaube ich, nur einen halben. Wo ist denn? Wo ist denn? Ich wusste nicht, dass er one-hit ist. Oh, hier ist sogar noch eine Kiste. Ist hier noch Rüstung da? Geht das gerade voll schnell. Ich glaube, ich könnte das wirklich schaffen, der Questtry. Moin. Ich gehe erstmal abstauben. Also, ich habe Glück, dass hier kein so ein Über-Sweat in der Runde ist. Der, der es halt geschafft hat, das spielen wir ganz normal. Der es wettet hier nicht auf sein Leben. Was ganz angenehm ist. Ah, der hat nicht gedauert. Noch 1 Leben. Ich habe auch noch 8 Pfeile, die könnte ich eigentlich nutzen. Ich sehe gar nicht, warum ich das gerade nicht getan habe. Guck mal, jetzt hat er schon mal irgendwie 2 Jahrzehnen weniger oder so. Geschade, warum? Weiß nicht, ist das klug, dass ich da jetzt direkt rein renne? Eher nicht. Braucht er denn wohl? Als wäre es so, keine Ahnung, irgendein Game was so richtig besonnen, was das zugewinnen. Nein. Wenn ich jetzt den ersten Kill-Header-Dike bekomme, ich glaube, dann sieht es gut aus, für mich. Wenn er jetzt eine ganze Pfeile verschießt, auch. Wir werden einfach 1-Header-Dike. Der 1-Header-Dike. Ja, 1-Header-Dike. Angelo zur Sachse. Bis zum nächsten Mal.